Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal Depressionen es geht trotzdem weiter. Heute möchte ich mal wieder mit dir über eine Gefahr von Depressionen sprechen, die uns leider begegnen kann. Heute soll es um das Thema Ausgrenzung gehen und falls du schon mal Erfahrung mit Ausgrenzung gemacht hast, schreib es mal bitte mit in die Kommentare. Aber was ist Ausgrenzung eigentlich? Vom Prinzip her ist Ausgrenzung das Gegenteil von der sogenannten Inklusion. Das ist etwas, das kennen wir mittlerweile aus unserem Alltag, dass Menschen mit Handicaps halt inkludiert, also eingeschlossen, eingeladen, mitgenommen werden sollen. Und die Exklusion, also die Ausgrenzung, ist genau das Gegenteil. Dabei werden Menschen gezielt aus Gruppen, aus Aktivitäten oder aus auch anderen Vorhaben ausgegrenzt, also ausgeschlossen. Dass dieses Verhalten natürlich nicht einhergeht mit dem Willen des Menschen, der jetzt von diesem Ausschluss betroffen ist, das versteht sich wahrscheinlich von selber. Die Menschen, die diesen anderen Menschen ausschließen, die wollen aus irgendeinem Grunde unter sich bleiben. Exklusion bzw. die Ausgrenzung ist eine extreme Form der Abwertung der Person des Menschen, der betroffen ist und vor allen Dingen, es ist hochgradig diskriminierend. Gucken wir uns jetzt die Gründe für eine Ausgrenzung an, wenn jemand an Depressionen erkrankt ist. Der erste Grund ist Misstrauen. Und da gibt es wirklich ganz typische Floskeln, mit denen dieser Ausschluss des Menschen dann begründet wird. Erstens, der ist sehr ansteckend. Totaler Blödsinn. Depression ist nicht ansteckend wie eine Grippe. Fasse ich mir an den Kopf. Der zieht mich doch nur runter. Der zieht die ganze Gruppe runter. Auch schon wieder totaler Blödsinn. Wenn die Gruppe diesen Menschen aufnimmt und vernünftig, ja nahezu normal mit ihm umgeht und er hat mal eine schlechte Phase. Das fällt mir jetzt gerade ein. Von den Pfadfindern, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mache, aber die haben ja dieses Zeichen hier. Das heißt ja hier, der Große beschützt den Kleinen. So. Eine Gruppe kann diesen Menschen dann auch helfen. Der dritte Grund für Misstrauen. Der ist ja gefährlich. Depressive bringen sich ja alle um. Und die nehmen dann alle um sich herum mit. Ich kriege einen Knall, wenn ich sowas höre. Depressive Menschen sind für fremde Menschen nicht gefährlich. Und meistens auch nicht für sich selber. Na klar, es gibt diese ganz schlimmen Fälle, logisch, wo die Menschen ihr Leid nicht mehr ertragen können. Aber dann gefährden sie niemanden anders dabei. Also, das sind schon ja so Gründe, die ich zum Teil auch selber miterlebt habe, wo ich sage, das geht gar nicht, an Menschen wegen solchen blödsinnigen Misstrauen auszugrenzen. Der zweite Grund, warum Menschen mit Depressionen oft ausgegrenzt werden, ist Reputation. Gucken wir doch mal in die Bundesliga. Da sind psychische Krankheiten total tabu. Und sobald ein Spieler über seine Krankheit spricht, ist er ganz schnell weg vom Fenster. Und er kommt auch nie wieder. Also, genauso in Betrieben. In diversen Banken, wenn man hier so in Deutschland guckt, da gibt es keine psychischen Erkrankungen. Nein. Da werden die Leute einfach entweder weggemobbt oder man gibt ihnen Geld, damit sie verschwinden. Damit in dieser Bank auf gar keinen Fall irgendetwas Negatives nach außen dringt. Bei uns arbeiten keine Menschen, die Depressionen haben. Bei uns arbeiten keine Menschen mit psychischen Problemen. Wir sind eine Easy Peasy Bank. Das ist aber auch Banken gibt, die offen mit sowas umgehen. Die eine komplette, diverse Belegschaft haben. Und die das auch will. Das gibt das auch. Ich sage jetzt nicht, welche Bank das ist. Ist ja auch egal. Aber die haben es begriffen. Der dritte Grund, warum Menschen einfach mal ausgegrenzt werden, ist, dass in der Gruppe, von der sie oder aus der sie ausgegrenzt werden, ein Machtgefälle geherrscht. Und zwar wollen dann halt diese anderen Menschen, die da eine Vormachtstellung haben, diese anderen Menschen, die halt Depressionen haben, einfach ausgrenzen, weil sie es einfach können. Weil sie es einfach lieben, ihre Macht auszulieben und einfach gerne auf anderen Leuten rumtrampeln. Für diese Menschen, die ausgrenzen, ist es einfach ein tolles sadistisches Vergnügen, andere Menschen zu unterdrücken und zu quälen. Mein persönliches Fazit zum Thema Ausgrenzung ist, wenn man mich irgendwo nicht haben will, dann haben die Leute mich auch nicht verdient. Das ist aber eine Einstellung, die muss man lernen. Mir ist es mittlerweile total egal. Wenn man mich irgendwo nicht haben will, dann gehe ich. Ja egal. Und wenn die da angeschissen kommen, auf einmal merken, oh, der ist ja doch gar nicht so schlecht, der kann ja tolle Sachen, der ist ja doch super. Mir egal. Versucht diese Einstellung zu bekommen. Wenn ihr irgendwo nicht gewollt seid, dann geht. Das ist das, was ich euch als Kurzes auf den Weg geben kann. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei in den nächsten Mal. Bis nächste Woche. Euer M.K.